Wer macht sich Gedanken zum täglichen Geschehen? Ja, das ist unser Rudolf und den wollen wir erzählen! Wer macht sich Gedanken zum täglichen Geschehen? Ja, das ist unser Rudolf und den wollen wir erzählen! Das ist unser Rudolf. Ich sitze hier und weine, bin müht wie du und leer. Der Rudolf, den du kanntest, der existiert nicht mehr. Ich hab' ihn verbrannt mit all dem anderen im Rat. Hab' doch nur Spaß gemacht, als ich sagte, adieu, Herr Mann. Konnte nicht wissen, wie du reagierst auf diese Laune. Alle wissen, dass ich für deinen Rücktritt verantwortlich bin, seit meiner kranken Idee mit diesem... mit diesem Rudolf? Herr Mann. Herr Mann. Herr Mann. Herr Mann. Siehst du mich, Herr Mann? Ich hab' mich eingesperrt für dich. Hab' mich weggesperrt von dieser Welt, um nicht noch mehr Tragödien anzurichten. Zu geschwollen, dein rechtes Bein hast du gesagt. Und ich sagte, hör' doch auf, Herr Mann. Aber so hab' ich das nicht gemeint, und jetzt bin ich schuld an der Misere einer ganzen Nation. Alle wissen, dass ich verantwortlich bin für deinen Rücktritt. Herr Mann. Schnall deine Brettln wieder an. Hol' mich hier raus. Rudolf ist tot. Und ich bin hier. Herr Mann. Herr Mann. Kidding on me. Get back on your ski. It's not only cause' of me, but there are so many fans who need you this season. La, 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 la. Newsflash. Am 26. September 2009 hat der Sänger Rudolf die Skilegende Hermann Mayer via YouTube mit dem Song Adieu Hermann vom Skizirkus verabschiedet. Zwei Wochen darauf hat der Herminader offiziell seinen Rücktritt erklärt. Seid ihr fehlt von Rudolf jede Spur. So abgefahren wie du ist keiner. Aify. who ist keine Räume. Schwennen, die? Schwennen, die? Schwennen, die? Es ist nicht nur, weil der Spur. Aber es gibt viele Fans. Schwennen, die? Schwennen, die? Schwennen, die? Schwennen, die? Schwennen, die? Schwennen, die? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020